Meine Güte, das ging aber schnell. Oh, ich war gerade zufällig in der Nähe. Sie wollten mich sprechen? Kevin, ich hätte dir was Wichtiges zu sagen, ich weiß aber nicht genau, wie du darauf reagierst. Ich auch nicht, aber als ich dort stand, gingen mir unendlich viele Möglichkeiten durch den Kopf. Was ist es denn? Du hast ein Loch im Zahn. Geh gleich rein zu Dr. Tucker.